Geschmurte Lammkeu mit Kichererbsenmöhren Salat mittelschwerloh C.A.R.B. Raffiniv für 8 Portionen Lammkeule 2 frische Lorbeerblatt 1 Lammkeule Klammer auf ca. 2,4 kg 1-2 T.I. Speisestärke mit Knochen Beim Metzger Kichererbsenmöhren vorbestellen Klammer zu Salat 1 T.I. Kreuzkümmel 200 g Knollen Sellerie 2 Hexaliter Rapsöl 20 g Butter Salz 2 T.I. Arissa Paste 400 g Bunte Möhren 1 T.I. Sumach 5 Hexaliter Olivenöl Klammer auf Lila Gelb-Orange Klammer zu Salz 300 g Zwiebeln 5 Hexaliter Olivenöl 1 Knoblauchknolle 1 Dose Kichererbsen Klammer auf 4 140 g Möhren 1 Halbgranat Apfel 120 g Knollen Sellerie 2 Hexaliter Apfelessig 250 ml Trockene Weißwein 3-4 Stiele Krause Piet 250 ml Lammfond Außerdem Fleisch 2 Zweige Rosmarin Thermometer 1. Lammkeule 1 Stunde vor dem Garen Aus dem Kühlschi herausnehmen 2. Für die Lammpaste Kreuzkümmel in eine Pfanne Umfett rösten bis er anfängt zu springen Auf einem flacher Teller abkühlen lassen Im Mörser fein zermahlen Mit Raha-Rissa Paste und Sumach mischen 3. 2 Hexaliter Öl im Bräter erhitzen Lammkeule darin bei mittlerer starker Hitze 2-3 Minuten rundum goldbraun braten und ersalzwürzen Lammkeule auf einen Ofen Rost legen Saftpfad Klammer auf tiefes Backblech Klammer zu Unterlegen und 200 ml Wasser hineingießen Lammkeule im vorgeheizten Backofen bei 160 g Klammer auf Gas 2 Umluft nicht empfehlenswert Klammer zu Auf der zweiten Schienifz unten ca. 1 Uhr 20 Stunden Garen Klammer auf Kerntemperatur 60 Grad Klammer zu 40 Minuten Garzeit obere Fleischseite vom Lamm mit 2 Drittel Glahmpaste bepinseln Eventuell weitere 200 ml Wasser in Saftpfanne geben 4. Inzwischen Zwiebeln in feine Würfel schneiden Knoblauchknolle halbieren Möhren und Sellerie putzen, schält und fein würfeln Restliches Öl im Bräter vom Lamm erhitzen Zwiebeln darin bei mittlerer bis starker Hitze 2-3 Minuten dünsten Knoblauch, Möhren und Sellerie zugeben Weiter 3-4 Minuten mitbraten Mit Wein ablöschen und auf die Hälfte einkochen Mit Fond und 200 ml Wasser auffüllen Rosmarin und Lorbeer zugeben und offen Auf die Hälfte einkochen Klammer auf dauert ca. 20 Minuten Klammer zu Fond beiseite stellen Fünftens für den Salat Sellerie putzen, schälen, fein würfeln Buh in einem Topf zerlassen Sellerie darin bei mittlerer Hitze unterrühren 4-5 Minuten farblos andünsten und mit Saal würzen Bei milder Hitze zugedeckt weitere 5-6 Minuten leicht bis fest garen Möhren putzen und schälen 2 Hexaliter Öl in eine Pfanne erhitzen Möhren darin bei mittlerer Hitze 12 10 11 11 11 12 14 14 15